Hit-Radio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch ein Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Da waren die Rhöner am Jahrmorgen Gleitzeit. So, so. Da ist Paragliding WM. Haben sie dich gefragt, ob du die Schirmherrschaft übernimmst? Wieso? Paragliding ist wie die Benzinpreise. Okay. Da gibt's keinen freien Fall. Einmal die Vier und eine Dose Rhönradler. Stefan, ich würde mich nicht trauen, mit so einem Gleitschirm von der Wasserkuppe zu hüpfen. Sonst, Kunden, bist du doch von oben herab. Nicht lustig. Also, wer sich fürs Gleitschirmfliegen interessiert, die Kosten für die Ausrüstung belaufen sich auf ca. 5000 Euro. Stefan, könntest du dir das als Hobby vorstellen? Na klar. Ich freue mich ja auch jeden Tag, wenn ich hier den Absprung mache. Nach 9329 Euro sammeln Sie Sprüngli-Punkte, haben Sie eine Jochen-Schweizer-Karte oder sind Sie im Achsel-Springer-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Bei Hitradio FFH. Die neueste Folge, morgen früh um 5 nach 6 in Guten Morgen Hessen.